In ganz vielen Gesprächen wird mir immer wieder berichtet, wie unterschiedlich die Herausforderungen in unserem Leben sind. Was für den einen eine Riesenherausforderung ist, ist für den anderen ganz leicht. Das macht er quasi mit links. Wo der eine schon in den Angriff gestartet ist, da tritt der andere erst gar nicht an. Das Ziel des Feindes ist es immer, die Umstände, so wie wir uns fühlen, das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen, so groß zu machen, dass wir vor dem eigentlichen Kampf schon zurück scheuen und zurücktreten. Wir ziehen schon eher den Rückzug an, bevor wir in die Kampfbereitschaft hineingehen. Und doch spricht Paulus von dem guten Kampf des Glaubens, den wir kämpfen sollen. Was uns allen gleich ist, ist, wir können aus uns heraus mit unseren Möglichkeiten wenig ausrichten oder gar nichts ausrichten. Wir alle brauchen das übernatürliche Eingreifen Gottes. Wir alle brauchen diese Leitung des Heiligen Geistes in unserem Glaubensleben, in diesen Kämpfen, in die wir hineingehen sollen. Und der Herr möchte uns ein Schild in die Hand geben, ein Schild, das uns umgibt, dass diese feurigen Pfeile des Feindes quasi abfängt, bevor diese Pfeile uns treffen und in uns ein Feuer entfachen. Wir lesen dazu in der Bibel, denn du segnest den Gerechten, wie mit einem Schild umringst du ihn mit Huld, oder? Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Und in Epheser 6 heißt es, ergreife den Schild des Glaubens. Heute ist eine gute Gelegenheit, diesen Schild des Glaubens, dieses Glaubensunterpfand Gottes zu ergreifen, aktiv zu werden, aktiv gegen die Umstände anzugehen, im Glauben an unseren großen Gott. Er umgibt uns mit seiner Huld und er möchte bei uns sein, in uns sein, uns stärken und ermutigen, in unseren Kampf hineinzugehen und er will uns siegreich dort herausbringen. Ich möchte dir ganz neu sagen, der Herr hat wirklich diesen Schild des Glaubens auch für dich. Du kannst ihn heute ergreifen und sagen, Herr, ich brauche dein Wirken in meinem Leben. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche die richtigen Worte. Ich brauche die richtigen Ideen, die Kreativität. Ich brauche deine Weisungen, wie ich handeln soll. Die Umstände, denen wir gegenüberstehen, sind manchmal so übermächtig, dass wir keine Idee haben, wie wir überhaupt in einer Aktion gehen sollen. Aber der Herr hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns Weisheit schenken möchte, uns in Weisheit leiten möchte. Und wir können diesen Schild des Glaubens ergreifen, diesen Schild des Glaubens, der uns bedeckt und der diese feurigen Pfeile abwehrt. Ich wünsche dir, dass du ganz schnell bist in diesem Ergreifen des Schildes, dass da kein Plätzchen frei ist, wo dich ein Pfeil erwischen kann. Ich wünsche dir, dass du fest stehst im Glauben an einen großen, an einen mächtigen Gott, der dieses Werk in dir, diesen Sieg in dir hervorbringen möchte. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.